Das ist Nilsi. Nilsi, weg! Loi! Aua! Wo ist der schon weg, der Nilsi? Der ist schon lange weg. Wirklich? Schade. Ihr wird hier Purgis pehen, aber irgendwie rumrennen. Lass ihn mal mit der Hand ein bisschen boxen. Lass er hier so einfach rumrennen, wo er bauen will. Lass ihn mal so richtig pehen! Und mal ins Wasser schlagen so ein bisschen. Warte mal, ich hab noch einen Lava-Eimer. Ich hol da Dismarakt-Rüstung raus, Alter. LOL! Du bist so behindert, ohne Witz. LOL! Du bist so behindert. Ich hab den mit der Hand geschlagen. LOL! Du Arsch! Alter, nein! Alle Kalle töten, alle Kalle töten, alle Kalle töten. Misch mich da nicht mit ein. Sorzriech. Soll ich auch ganz schön helfen? Dass wir die Pfeiler einsammeln. Ja, die brauch ich. Alter, wie mies. Aber die liegen da so scheiße drin. Karl, an deiner Stelle will ich jetzt gehen, weil das ist jetzt als asozial, wenn du weiter trollst. Oh, ich hab ein bisschen, äh... Nachdem du ihn noch getötet hast. Da oben ist Delser, glaub ich, oder? Nein, das ist alles. Nicht, Aua! Achso! Voll ins Fels gerot... Gerot? Da war er weg. Okay. Ich hab übrigens gerade die Level von ihm eingesammelt, weil ich assi bin. Au. Ich bin fast tot. Echt? Cool. Boah, ich glaub... Sie schießen ihn da runter! Nein! Nein! Es wird, es wird ja voll lustig werden. Ja! Ja! Im Laufen! Sorry, Alter! Ihr wisst, wo ich jetzt gespawnt bin, oder? Komm, wir sammeln deine Sachen, ich sammel deine Sachen ein. Nein! Können wir jetzt bitte TP machen, weil ich hab jetzt keinen Bock bis dann zu schwimmen. Nein. Wir sind 5,5 Kilometer! Kein Teufel hier. Weil ich den Wreck genatzt hab, Alter. Ne, das ist echt mies. Sorry. Wir sind dezent mies. Sorry. Boah, und du wusstest es auch noch, dass ich so wenig Leben hab, aber nein! Ja, Kubi... Ich muss posen, ich muss angeben. Der schöpft aus all seinen Möglichkeiten. Wir haben deine Sachen eingesammelt, komm einfach. Oder warte, warte. Darf ich ihn TP'n? Nein! Nein! Kein TP! Das ist übel unfair! Kein TP! Dieses eine Mal, bitte! Nein! Nein! Wenn du TP machst, machst du Slash Kill! Was? Hey, wieso bist du schon hier, Tiberius? Komm mal! Der spawnt wahrscheinlich da! Ach ne, Leute! Das ist er! Ich hab... Ach, regen sich grad auf! Was steht denn da? Ja, das ist alles Kalle, der alles recht verdient. Die wollen alles abrennen bei uns. Vielleicht jetzt. Ja? Ja. Geil. Okay. Loil! Oh, ich laufe ja schon. Alter! Ich brelle! Soll ich jetzt zu euch kommen und... Er hat's verdient! Wer schießt mich da ab? Loil! Loil! Du bist echt behindert. Was hat denn der für'n Glück? Nein! Hä? Was macht ihr denn? Jason, bleib da, ich komm zu euch. Was macht ihr denn? Seid ihr behindert? Guck mal, die Pfeile liegen hier grad so schön extra, Can. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich war's nicht. Warte. Hier sind die anderen Pfeile. Ich hab jetzt bloß mein Stack ein bisschen aufgefüllt. Ich hol mir auch gleich ziemlich viel zu essen von euch, weil ich am Vommern bin. Angst vor dem gewissen Herrn. Moment, wer hat mich gleich nochmal gekillt? Kubeside. Kennst du den? Lass mal töten. Ja, Kubeside hat dich getötet. Ja. Ja, lass mal Kubeside töten gehen. Hä, fickt euch doch mal! Fackelt er schon. Was will der an... Was will der bei uns abfackeln? Welch mal da hat doch nichts zum abfackeln. Wir klatschen ihn sofort weg bei der Kommune. Vor allem, meine Brune ist altwegs abfackelsicher. Jees. Ich bin dann grad meine Kisten. Bullshit. Pflanzen. Na, hier mal. Da kommt ein... WANG! Alex! Das wird wieder laufend. Okay, dann bring's zu mir. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, ich geb' ihm deine Rüstung, okay, als entschädig. Na komm, gib. Nein, man, gib nicht. Seid ihr behindert? Der hat uns grad gesagt, der will als Abfackel und dann wollte er dir noch Rüstung geben. Nein. Ich wollte die Pfeile nicht. Juni haben. Warte. Könnte Can jetzt bitte zu... Na ja, komm und meine Rüstung geben. Will ich ihn noch mal weg, dann? Hey, du gibst mir jetzt meine Rüstung. Nein, als ob. Ich mach' okay. Nein, mach' nicht. Dann hab' ich sein Feuerzeug. Ach ne, das ist wahrscheinlich Ding deins. Wie soll ich, wie soll ich, ähm, Gold, Eisen und so'n Zeug nehmen? Sparen? Nee, Erz. Ach komm, erzähl. Nenn's einfach Wertsachen. Nee. Boah, Junge. Ist der behindert? Was macht denn hier? Boah, das ist doch ein Trickshot. Lass den mal mit dem Trickshot weg. Jetzt kommt der. Ey, hier ist voll geil in der Killcam aus. Da sieht das voll geil aus. Da sieht das voll geil aus. Boah, ich hab' den Fasche wieder weggenatzt. Weil ich schon zu weit gerannt ist. Ah, das wär's, das wär's die Brüder gewesen. Aber, Alter, ich hab' nur Stärke 1 auf'n Bogen. Ja, ich hab' Stärke 2. Ich hab' keine Holztruhe. Halbes Herz. Ja, das ist es ja. Ähm. Du machst mir ein Herz Schaden, ne? Oh, so hab' ich dich getroffen, sorry. Wir wollen's in dem 1x1-Gang betteln. Ah. Guck mal, hier ist ein Pfeil für dich. Du willst ihn? Wir spanken ihn. Wir spanken ihn mit der Schaufel. Oh, das bist du. Okay, hört auf, jetzt. Reicht. Okay, reicht. 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 Dann kriegt's sonst'n Körner. Heiler, du wurdest grad' beschossen. Dann meckert ihm sein Puppi an. Ja, wäre es schiefs. Ich hätte Laser. Ach, der kann mich ruhig beschießen mit seinem Bogen. Ja, stimmt auch. Pass auf, der hat Stärke 10 oder so, Alter. Das macht in Minecraft nichts, Headshot oder nicht? Trickshot. Probier jetzt kommt's. Wie sieg's denn auskommt? Blümchen. 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 Ich hab keine Pfeile mehr. Im Mischofiar ist nochmal umprägert. Alter, du bist so ein Mongo. Kann die mir mal ein paar Pfeile geben? Ich hab auch keine mehr, fast keine. Alex, du hast auch keine Pfeile? Du hast auch keine Pfeile? Was denkst du, was die Absicht war? Wieso auch? Alter, ich hab mich halt ernsthaft voll erschreckt. Was denkst du, was die Absicht war? Ich hab mich echt voll erschreckt. Also echt. Was denkst du, was die Absicht war? Ey, kannst du mir helfen, Kisten drüber schrauben? Es stimmt schon, aber mittendrin. Alex, Alex. Wenn du irgendwann mal siehst, dass halt jemand da ist. Boah, geil. Hast du noch mal Pfeile? Das sieht halt aus wie ein Schwanz, Alter. Ohne Witz. Das wird so mega lustig. Danni. Ah, dann wo ist die Bärjus hin? Kannst du jetzt bitte jemand mein Zeug mehr herbringen? Ja, komm her. Wie schon gesagt, ich komm da nicht wieder. Dann kommen die ganze Zeit die Monster. Ja, du bist behindert. Dann hol dir, dann mach dir meinetwegen ne Dia. Äh, äh, mach dir meinetwegen Dia-Schwerte von unseren Dias. Und dann komm her, du verdammter Faggals. Wo ist die Bärjus hin? Oh Mann, Leute. Ohne Witz. Ohne Witz. Wir suchen jetzt jegliche Rüstungsteile, die ich hab zusammen, kratzen wir ein bisschen was zusammen und dann komm ich. Ja, dann los. Ah, guck mal, da ist der Name. Alex, ich überlege, ob ich mehrere übereinander stapel, damit es lustiger aussieht unten. Ja, da geht's auch noch weiter, ne? Hat Tiberius eigentlich auf meiner, äh, auf meiner... Sneaken, sneaken, sneaken. Er hat uns noch nicht gesehen. Pam. Jetzt hat er mich gesehen. Lass ihn tun, als würde er uns nicht sehen. Ich Sneaky, sagst du? Wir folgen ihm. Was? Ich Sneaky. Warum sagst du Fick dich, das ist nicht nett? Ja, weil er meine schöne Blume nicht akzeptiert hat. Nee, der sieht mich nicht. Richtiger Spaß. Ohne Witz, nö, ich töte ihn jetzt. Der hat meine Blume nicht akzeptiert. Der hat sich noch was bedankt. Ein bisschen reinstellen. Der hat mich einfach angerufen. Wo seid ihr eigentlich? Ich glaub, ich mach... Da wäre jetzt bestimmt zu uns gehen, wa? Irgendwann eröffne ich so ein Lager, wo nur Eier drin sind. Boot, Boot. Der geht zu uns. Tut er nicht. Nein, tut er echt nicht. Hast du mit dir... Wahrscheinlich geht er zu seinem treuen Freund, Herrn Blacklaser. Scheiße. Ich hab das Emergy-Water nicht geschafft. Ich hab das Emergy-Water nicht geschafft. Kleinen Moment. Ich weiß übrigens, wo er ist. Wer? Tiberius. Warte mal, ist das Boot hier noch? Mann, meine Muli nervt mal wieder. Ja, das ist noch da. Ich glaub, der geht auch wieder hin. Er holt erst mal seinen... Ich hab den schon wieder gekillt, oder was? Ja, er ist grad aufm Weg zu uns gewesen. Das ist kein Grund, ihn zu töten. Na, es ist schon. Ne, wenn die anfangen zu trollen, dann äh... Ja, muss man nicht gleich wieder alles abpacken, Mann. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit Peppy. Die haben doch sowieso nichts. Ist doch scheißegal, wenn die was verlieren. Ich fahr den einfach um, okay? Ich fahr den jetzt voll um. Wenn ihr umfährst, dann habt ihr beide kein Boot mehr, ne? Scheiße, ich hab kein Live mehr, verdammt. Kein Live? Kein Essen? Pariell! Steht nur im Chat. Hat jemand ne Crafting Box dabei? Ich könnte eine mauen. Äh, mauen. Mach mal bitte, ich muss den neuen Boot bauen. Du maust eine? Ich mau eine. Braunge. Boah, Junge, du bist so behindert. Ich hab den da sein Zeug hingelegt, ne? Boah, er hat einfach keinen Skin. Das find ich so lächerlich. Ja. Wer hat keinen Skin? Er hat einen Skin bei mir. Wer? Bei mir nicht. Can? Äh, ne. Tibirus ist ja nackter Mann. Oh, Junge! Boah! Der ist so behindert! Jetzt geh endlich nach dort hinten und sammel dein scheiß Zeug. Hör auf. John, hör auf. Ohne Witz. Jetzt klatscht du noch um und dann wär das saugeil. Boah! Er ist so behindert. Lass mal alle mitn Diasch weiter neben stellen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich, ich will jetzt lieb sein. Du bist nur für ne Pussy. Du nimmst auf, du musst hier gerade Action bieten. Warte mal. Geh mal, äh, geht mal ganz kurz alle weg. Geh mal, geht mal weg kurz kurz. Geh selber weg. Hau, hau selber ab. Kubi. Dein Ernst. Wow. Creeper, 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 Creeper. Warte. Lass, lass den Siberius locken, nein. Lass ihn ihn locken. Okay, 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 okay. Weil dann haben wir ihn ja nicht umgebracht. Stimmt. Hier. Okay, warte, wo ist er? Fuck. Den führen wir da hin. Nein, hör auf, hör auf. Wir müssen den Creeper wirklich da hinführen. Okay, jetzt kommt er zu uns. Hier ist noch einer. Nein, nicht Can. Oh, Can. Du hast ihn umgebracht. Dann ist doch noch einer. Okay. Dann ist er live. Okay. Du machst das, Kubi. Ihr trollt. Boah, ohne Witz. In die Wohnung, in die Wohnung, in die Wohnung. Komm, komm, komm. Nicht in die Wohnung, nicht in die Wohnung. Bist du blindert. Der macht da nix kaputt. Ach stimmt. Der macht nix kaputt. Stimmt. Der macht nix kaputt. Boah, so Truhen rüberzuschieben ist so mega lästig. Ich sag die Bäris zu dem Creeper hin. Jan, du Dummer. Was denn? Ich stand hier. Oh, sorry. Haben die hier in der Kiste. Wie viel Schaden hat er dir gemacht? Oh, endlich auf den Weg. 2er. Alter, guck mal hier runter. Wollen wir mal runter? Wann? Ne. Kommen wir nicht mehr raus. Ja. Haus und Hof, Holz und Holzprodukte. What the fucking hell. Was sind das eigentlich für Gaylords? Westliche Steine. Pflastersteine. Das sind Kartoffeln. Das sind Böfen, wa? Ja, das stimmt. Geil was ihr macht und stuff. Da hat's nicht mal Kohle drin. Hast du den Blumentopf hingestellt? Hast du den Blumentopf hingestellt? Wie viel? Ich hab wenigstens so irgendwie 50... Alter. Alter, wie assi. Du gehst mit dem Stack Obsidian hin und... Willst du mich eigentlich verarschen? Begreif mich da die ganze Zeit an. Skelett. Kubi, hör auf damit. Nein, das war das Skelett. Jan, ich komm jetzt gleich. Ich hab mein Zeug noch auf Reserve, bitte. Ich hab auch nen Feuerzeug. Baut den Wald hier an. Ey, Kalle. Lass das nächste Mal... Lass das nächste Mal mit nem Stack Obsidian hingehen. Und Spaß haben. Jo, ohne Witz. Weißt du, dann machst du's richtig asozial. Weißt du, du killst einen und baust den Obsidian ein. Die Bäris fährt weg. Die Bäris fährt weg. Die Bäris fährt weg. Die Bäris fährt weg. Fall im Bogen, fall im Bogen. Okay, komm. Zack, zack, zack. Ich glaub, der weiß nicht, dass man Speed hat. Oh, das war knapp, Jan. Wie ist das da wirklich da drin? Ey, das bin ich! Leute, der ist bei mir! What the fact? Ja, okay. Er ist ausgestiegen. Hä? Wollen wir uns heilen? Wollte ich mich grad verarschen? Wie so ein Haifisch-Schwarm. Ja, wie so ne Gruppe voll Mongos. Also richtig. Seid mir! Weil du so ne Pussy bist, Alter. Ich muss hier meine Truhen verschieben. Das war nice. Wo seid ihr eigentlich? Ich hab einfach sein Boot weggeschossen. Na hier. Wo seid denn ihr? Ah, ich seh euch. Wollen wir wieder umfahren? Wollen um? Oh, oh, oh. Ich glaub, der will mein Boot zerstören. Ja. Ja, wo seid ihr denn? Okay, er hat mir Boot zerstört. Chill mal, chill mal, chill mal. Dann. Was denn? Wo seid ihr? Wo bist du denn? Ich bin jetzt bei denen. Ja, dann komm her. Wo? Warte, du bist bei denen? Ja. Wie viele Butter hat der bitte mit? Warte, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Ja, ich seh dich.